Das ist jetzt mein Outfit für die City. Das Kleid habe ich von Brandy Marvel und diese Bluse ist von Zara. So, ich bin jetzt wieder aus der Stadt zurück zu Hause. Boah, ich bin so kaputt. Wir haben uns irgendwie um 2 Uhr getroffen, jetzt haben wir halb 9. Wir sind eigentlich den ganzen Tag nur durch die Stadt gelaufen. Ich habe ein paar Dinge gekauft, bei dem, ich habe es ihr gezeigt, also bei dem habe ich Pflaster geholt und richtig cool so wiederverwendbare Augenpads. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber die schenke ich nur einer Freundin, weil da habe ich ihr nämlich so eine Einwegkamera geholt von Urban Outfitters. Wie süß sieht die denn bitte aus? Die fand ich so süß und es passt irgendwie auch farblich zusammen. Muss ich noch eine Karte holen oder vielleicht irgendwie noch ein Blümchen oder so. Opa und in Home habe ich mir einen Spiegel gekauft, den wollte ich schon so lange haben. Also generell einfach einen schwarzen Spiegel, damit ich mich auch so vielleicht einfach mal schminken kann. Und dann war ich noch, waren wir bei Zara Home und ich wusste nicht, also ich wusste, die haben da so Schlappernzüge oder so Oberteile und auch richtig süße Babysachen. Aber ich wusste nicht, dass die da auch Bademode haben. Wollte ich daraus bescheuert, die zu sagen. Ich habe mir schon wieder ein Bikini gekauft. Ich kann mir wirklich, ich mache das nicht extra. Naja, auf jeden Fall gibt es ja keine Umkleider, deswegen musste ich das jetzt mit nach Hause nehmen. Man kann aber das halt umtauschen. Da habe ich einmal dieses süße Oberteil. Das fand ich so cute. Und da gab es aber leider nicht mehr die passende Hose meiner Größe. Deswegen muss ich schauen, ob ich das behalte. Dann habe ich einfach noch einen Badeanzug gefunden. Das finde ich eh so krass. Sieht der so aus. Und man sieht das jetzt nicht so genau in dem Licht, aber der ist dunkelblau und der ist so schimmernd. Also so ein bisschen so, nicht glitzer, aber man sieht das jetzt echt nicht so gut. Deswegen, ich ziehe das jetzt direkt mal an und gucke mal, ob das überhaupt passt. Ansonsten muss ich es zurückbringen. Und dann haben wir uns noch in den Park gesetzt und Bubble Tea getrunken. Guten Morgen. Ich bin schon mega früh wach. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe auf mein Handy geguckt und es war 6.45 Uhr. Ey, hört euch, ich habe Ferien. Ich kann einfach nicht ausschlafen. Ich kann es nicht. Aber dann dachte ich mir ganz ehrlich, ich nutze jetzt die Zeit, um produktiv zu sein und habe ein bisschen an meiner Seminararbeit weitergeschrieben. Die muss ich nämlich nächste Woche abgeben. Jetzt habe ich mich gerade fertig gemacht und umgezogen. Der Rucks von Hollister, also Rucks von Sarah. Und ich gehe jetzt zu meiner Freundin. Wir wollten heute nämlich so ein richtig nices Frühstück machen und wollten uns Pancakes machen. Dafür kaufe ich jetzt noch eben schnell Nutella und Beeren ein. Ich freue mich, ich habe auch richtig Hunger. Pancakes sind immer eine gute Idee. Dann schauen wir mal. Ich habe gestern den Badeansack anprobiert und er sitzt leider gar nicht gut. Hätte ich mir schon auf was denken können, aber ja, ich werde den auf jeden Fall heute wieder umtauschen. Bei dem Oberteil bin ich mir noch nicht sicher. Ich frage mal meine Freundin, weil eigentlich mache ich das schon nur, wenn das so matching ist mit einer matching Hose und ja, keine Ahnung. Aber ich habe ja schon diesen einen Bikini von Naked, äh, den Badeanzug von Naked und den finde ich mega wirklich. Schauen wir mal, was sich heute noch so ergibt. Und euch nehme ich natürlich mit. So, jetzt werde ich mit Frühstücken. Boah, ich bin so satt. Und ich gehe jetzt in die Stadt, meine Sachen umtauschen, also mein Bikini oder beziehungsweise meinen Badeanzug. Und dann schlendere ich noch ein bisschen. Ich wollte mal in In Other Stories reinlaufen. Und ja, es ist echt richtig warm. Ich bin gerade bei In Other Stories und habe die Hose an. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie behalte oder ob ich sie gerne reinkaufen soll. So, ich bin immer noch unterwegs. Mittlerweile schon kurz vor vier. Es ist so heiß, wir sind eigentlich nur noch nach Hause. Ich habe jetzt noch ein Paket abgeholt von der Poststation. Dann war ich noch bei Vielmann, weil ich mir vielleicht Kontaktlinsen machen will. Ich will mir da noch einen Termin machen. Jetzt gehe ich noch ein. So, ich bin auf einem Mental Health Walker. Ich hatte irgendwie, eigentlich wollte ich ins Gym gehen, aber ich habe es nicht gepackt. Keiner Ahnung, warum. Nein, ich habe mit meiner Freundin zulange facetimt. Nein, irgendwie, weiß ich nicht. Ich war mir eher nach Brock. Jetzt habe ich mit Kopfhörer das Ohr gemacht. Ich bin jetzt knapp eine Stunde sogar schon unterwegs. Guten Morgen. Wir haben mittlerweile Mittwoch. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Ich gehe nämlich jetzt in ein Café mit einer Freundin und wir wollten dann noch ein bisschen lernen, beziehungsweise jeweils an unserer Seminararbeit schreiben. Wir haben ja immer noch abgeben müssen. Ja, so sieht es aus. Wir wollten uns jetzt vormittags treffen und heute Nachmittag bin ich dann auch wieder verabredet, damit wir jetzt noch ein bisschen produktiv sind. Das ist mein Outfit heute. Die Hose ist von Sarah. Meine Converse habe ich an. Und das Oberteil habe ich von Pull & Bear. Wie auch immer, man ist nett. So, ich war jetzt immer ganz schnell zu Hause und habe mich umgezogen. Es ist irgendwie so warm draußen, weil ich treffe mich jetzt mit der Katamari. Wie? Wir haben es so lange nicht mehr gesehen. Ich habe nochmal schnell was gegessen, weil ich wollte irgendwie, ich hatte jetzt keine Lust, wieder draußen Geld auszugeben fürs Essen. Deswegen haben wir ein bisschen früher aufgehört mit der Seminararbeit, damit ich nochmal schnell nach Hause und habe jetzt eben was gegessen. Ich echt, ja, ich finde das manchmal so unnötig. Ich gebe manchmal in letzter Zeit zu viel Geld für so hier mal 5 Euro und da mal einen Tee und ich wollte gerade Kaffee sein. Ich kriege ja keinen Kaffee. Okay, let's go. Ich glaube, ich fahre mit dem Fahrrad sogar. Krass. Normalerweise fahre ich eigentlich nur zum Gym mit dem Fahrrad, weil ich mich irgendwie nicht so ganz traue, wie ein Fahrrad zu fahren. Aber das geht jetzt schneller. Ich muss mich echt entschuldigen. Dieser Vlog ist so chaotisch. Also irgendwie filme ich gar nicht so richtig mittags über und immer nur, I don't know. Naja, auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt schon zum dritten Mal heute umgezogen. Christ, das Wetter ist wirklich so komisch. Aber ja, ich mache mich jetzt auf den Weg zu einer Freundin, der ich letzte Woche beim Umzug geholfen habe. Und ich habe gesagt, dass ich ihr ein bisschen helfe, ein paar Kommoden aufzubauen. That's the plan for now. Und vielleicht gehe ich später noch in eine Bar mit Freunden. So, wir haben jetzt, glaube ich, vier Stunden, einmal mit Kurzpause, diese Kommode aufgebaut. Es fehlen zwar immer noch drei Schubladen. Das machen wir mal anders. Oder Joanna morgen oder so. Aber ich bin stolz auf uns, dass wir das so gut gemeistert haben. Guten Morgen. Denn wir haben Donnerstag. Ich weiß gar nicht, wie lange dieser Vlog schon geht und ob der überhaupt gut ist. Aber ich habe heute ausnahmsweise mal ein bisschen länger geschlafen als sieben Uhr. Habe die ganze Wohnung aufgeräumt. Habe mal so einen geputzt, gestaubsaugt. Jetzt habe ich mich gerade schon wieder fertig gemacht. Ich gehe jetzt wieder zu Joanna, meiner Freundin. Weil wir gestern diese drei letzten Schubladen halt nicht mehr aufgebaut haben. Wir brauchen halt einen Hammer für. Und ich habe einen Hammer zu Hause. Jetzt muss ich die ganze Zeit so lachen. Und jetzt laufe ich hier so rum mit so einem Hammer in der Tasche. Ich habe ein bisschen Angst. Aber ja, ich gehe jetzt eben schnell zu ihr. Danach muss ich dann auch eben schnell eine Geburtstagskarte holen und Geschenkpapiere. Ich bin heute Abend auf den Geburtstag eingeladen. Und dann kommt eine Freundin später zu mir. Richtig cool. Die habe ich in meinem Au-pair-Jahr kennengelernt. Die war nämlich auch Au-pair in L.A. Und letztes Jahr, als ich in L.A. war, haben wir uns auch nochmal getroffen. Und jetzt kommt sie nach Wien für zwei Tage. Und nach dir zeige ich ihr ein bisschen die Stadt. Wir gehen heute Mittag was essen. Ja, deswegen habe ich auch ein bisschen hier aufgeräumt. Aber es war eh mal Zeit. Aber jetzt gehe ich zuerst zu Joanna. Und dann melde ich mich dort bei euch. So, I'm ready to go. So, ich habe jetzt gerade eben noch ein bisschen in meinem Video geschnitten und gemerkt, wie kurz das Essen ist. Ich glaube, diese Woche kommt ein kurzes Video online. Weil ich einfach nicht so wirklich viel gefilmt. Aber ich habe auch irgendwie nicht so viel gemacht diese Woche. Naja, auf jeden Fall habe ich mich jetzt ready gemacht. Ich gehe auf den Geburtstag von einer Freundin. Wir sind nur bei ihr zu Hause entspannt. Ich glaube, sie hat Pizza bestellt. Ich freue mich. Ich habe jetzt auch zum Glück nach dem Sushi wieder Hunger. Das war auf jeden Fall richtig lecker. Ich bin voll froh, dass ich mal einen neuen Sushi-Laden ausprobiert habe. Weil ich eigentlich echt immer zum Gleichen gehe. Ich habe jetzt zum ersten Mal wieder so einen Sleeked Bun mit meinen blonden Haaren nachgefärbt. Und das finde ich, sieht einfach so viel besser aus. Obwohl ich ehrlich sagen muss, das habe ich jetzt schon voll oft zu meinen Freunden gesagt, die alle braunhaarig sind, nur von Natur aus. Dass ich finde, dass Sleeked Buns bei Leuten mit braunen Haaren, finde ich, irgendwie so viel besser aussehen. Weil das so eine Farbe ist, wisst ihr. Und bei mir sind halt so mehrere Farben. Es ist zwar hier richtig blond, aber... Naja, aber ich mag es trotzdem. Und da ich wahrscheinlich heute die Haare waschen muss... Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, weil ich am Samstag auf dem Boot bin, auf der Donau. Und es wird richtig heiß. Und ich denke die ganze Zeit, springe ich jetzt Wasser mit meinen Haaren oder nicht? Dusche ich? Also, wasche ich jetzt meine Haare oder nicht? Ja, the struggle is real. Ich kann euch noch kurz das Geschenk zeigen. Ich habe es zwar gerade schon eingepackt. Ich habe es zwar gerade schon eingepackt. Und ich finde, das passt auch alles so grün zu der Tasche. Also keine Sorge, ich habe ja nichts von Longshom geholt. Aber ich habe ja bei Depo mal wieder das süßeste Geschenkpapier geholt. Und dann habe ich das hier so richtig cute eingepackt mit so zwei verschiedenen Schleifen. Da steht auch so Happy Birthday drauf. Und da ist so Klee drauf. So Glücksklee. Und dann habe ich hier diese passende Karte dazu geholt. Und noch so, ähm, ja, zwei Kerzen. Guten Morgen. Wir haben jetzt Freitag. Ich habe mich gerade already gemacht. Ich gehe nämlich jetzt zum Frühstück mit meiner Freundin. Ich habe meine Haare immer noch nicht gewaschen. Ich weiß auch echt nicht, wann ich sie waschen werde. Ähm, ich habe die jetzt mit so einem Gel nach hinten gemacht. Das kann ich eigentlich eh voll empfehlen. Das habe ich bei, ähm, Amazon gekauft. Das ist so ein Eco Professional Styling Gel. Das hat 10 Euro gekostet. Ähm, das finde ich ein bisschen nicer als das, was ich davor hatte von DM. Weil das, ähm, wird nicht so hart irgendwann. Okay, I'm ready for the day. Ich habe heute wieder bis 6.45 Uhr geschlafen. So, was ist das? Ich kann es nicht. Ich sage euch, ich kann nicht ausschlafen. Das dauert mega lang, bis ich jetzt wirklich in diesem Dreh drin bin, dass ich früh aufstehe. Äh, dass ich lang schlafe. So ist das jetzt. Ich bin jetzt fertig. wieder auf dem weg nach hause ich bin so fertig muss so einen dicken nap machen halb vier und ich bin seit neun unterwegs und sechs uhr wach oder sieben aber wir waren ein bisschen shoppen und noch was getrunken und jetzt ist mittlerweile keine ahnung ich weiß nicht mehr wenn ich das letzte mal gefilmt habe ich bin gestern aber es tut mir voll leid dieser blog ist so komisch und durcheinander ich denke die ganze zeit so soll ich einfach diese woche kein video hochladen weil ich glaube es halt einfach nicht lang genug mir ist so heiß ich habe mir einfach gerade cornflakes gekauft ich weiß nicht wann ich mir im leben jemals konflik selber gekauft habe ich hatte gerade so cravings auf konflik ich habe den fettesten kater es geht eigentlich habe eben sogar schon irgendwo genommen weil ich keinen bock auf diese dieses leiden heute habe sonst mag ich das eigentlich überhaupt nicht tabletten oder irgendwas zu nehmen aber ja ich habe voll vergessen gestern zu sagen dass ich feiern gehe dass ich mein outfit habe ich nicht gezeigt dabei sage ich einfach gut aus aber schaut bei tiktok vorbei ich habe ein get ready with me gerät schaut bei tiktok vorbei ähm ja und jetzt bin ich schon wieder wach ich war um vier Uhr zu hause ja jetzt bin ich wach und jetzt mache ich mir cornflakes und ja schneide dieses video schon ich gehe später wahrscheinlich noch an die donau ich wollte eigentlich wollten wir heute ein boot mit freunden mieten aber ich weiß immer noch nicht ob das jetzt zustande kommt oder nicht naja boah mir ist so heiß und ich lüfte aber es bringt überhaupt nichts so lang kann ich auch nicht mehr lüften weil wir schon 24 grad haben und es sind zu heißes hello ich wollte mich noch mal melden ich habe jetzt heute morgen mal meine nägel gemacht und meine fußnägel ich muss mich jetzt wirklich mal ein bisschen mehr noch an die hausarbeit setzen also seminararbeit ich habe zwar nur noch anderthalb seiten zu schreiben aber ich muss halt auch noch quellen verzeih ich soll das alles durchlesen so und die abgabe ist halt wie gesagt nächste woche und ich will das jetzt wirklich einfach aus dem kopf haben ich äh bin auch richtig froh dass wir die jetzt anfang der ferien abgeben müssen und nicht irgendwie ende der ferien weil ich hätte es mir so lange aufgeschoben ja ansonsten hoffe ich dass euch das video gefallen hat es war so eine chaotische woche aber ich habe auch nicht wirklich viel gemacht und ähm ja ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen und hoffe dass es euch gut geht und ich würde sagen bis zum nächsten video bis zum nächsten video